Das Franchise-System Impero Pizza e Natura bietet in seinen einladenden Pizzerien nicht einfach irgendeine Pizza. Hier wird auf jedes Detail Wert gelegt. Handwerk und Tradition werden gelebt und die Zutaten jeder Pizza stammen tatsächlich aus der Region um Verona. Die Basis für jede Pizza und Bio-Dinkelpizza ist der in Verona entwickelte Livietto Marder, der seit 2016 auch als einzigartige glutenfreie Variante angeboten wird. Wer den Einstieg in die Gastronomie mit Impero wagen will, kann sich darauf freuen, gleichzeitig zum Mitgesellschafter und Mitgestalter dieses tollen Franchise-Konzepts zu werden. Zudem ist das Konzept flexibel gestaltbar, sodass je nach Standortgröße neben der Pizzeria auch ein Kaffee oder eine Gelateria ergänzt werden können. Klingt das ganz nach Deinem Geschmack? Dann klicke jetzt hier für mehr Infos.